Willkommen zu einer weiteren Runde Let's Play Marios Masochistic Mission. Wir sind angelangt bei Invisible Pathways. Mal schauen, was uns hier erwartet. Oh, wow, äh, ja, es fängt ja toll an. Oh mein Gott, es fängt toll an, ich merke das schon. Eindeutig. Ach, komm, runter und, äh. Ei, 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 ei. Hm. Äh, stopp. Och, was war das denn? Ich sagte, stopp. Und du auch. Äh, oh, oh, oh. Eins, ach, Zwischenzählstätten, Mann ey. Äh, oh, 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 oh. Oh,師amer Palace... Oh, ah. Oh, 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 ah. Äh. Hm. Nein. Nein. So. Und hopp. Und hopp. Nein. Oh, oh, oh. Ich muss erst wach werden. Das ist, also, es ist noch zu früh eigentlich, um so ein Spiel zu spielen, aber was gibt's Besseres zu einer Tasse Kaffee? No. Oh. Okay. Ach nein. Das ist wieder so ein asozialer Dreckssprung. Ja, zwei davon sogar. Ich kann diese Sprünge nicht. Und jetzt wollt ihr zwei von mir, oder wie sehe ich das? Ach. Das ist ätzend. Und wenn man's dann schafft, dann rutscht man in die Drecksblumen rein. Oh mein Gott. Wie ich solche Stellen hasse. Ich hasse sie. Ich hasse diese Drecksstellen. Oh mein Gott. Äh. Nein. Aha. Hopp. Und hopp. Und hopp. Oh, oh, oh. Das wird knapp. Das war knapp. Äh. Nein. Oder muss ich da? Ach. Wer denkt sich denn so etwas aus? Es geht doch. Oh. Nein. Der obere Weg ist mir definitiv sympathischer. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Jetzt haue ich die eine in die Fresse rein. Oida. Na bitte. Es geht doch auch so. Es geht doch auch so. Äh. P-Switch. Okay. Oh. Gut. Gut, dass ich das Sprungbrett mitgenommen habe. Das wird verdammt knapp. Nein. Äh. Äh. Dieser obere Block. Gefällt mir nicht. Weg da. Jawoll. Es läuft doch. Es läuft doch. Mhm. Ja. Wieder mal Stern rennen. Ja. Habe ich es mir doch gedacht. Es ist sehr einfallsreich auf Dauer. Und ich versaue es natürlich. Ich ver... Oh, Mann. Okay. Oh. Das ist... Lauf, 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 lauf. Okay. Ein P-Switch. P-Switch. Und es geht hoch. Es geht hoch. Und der Schlüssel zum Key. Oh. Safe-State-Hin. Ich muss es mir irgendwann mal ins Gehirn einprügeln. Ach ja, ich bin so blöd. Das ist denn da oben, da oben lang. Meine Fresse. Wie blöd kann man denn sein? Hm. Und das war der Geheimgang. Gut. Wir machen nochmal den richtigen Weg. Äh. Ja. Vorher mache ich hier aber nochmal einen Cut. Bis gleich. Okay.